Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 25. Juli. Heute dabei Segway, Google Chrome, Firefox, Xbox und GTA Online. Beginnen natürlich mit Segway. Die kennt ihr noch von den Segways. Also die Dinger mit zwei Rädern, wo man sich draufstellt, die sich selber ausbalancieren, mit denen man durch die Gegend fahren kann. Die haben ein neues Produkt und zwar Rollschuhe. Die Rollschuhe sehen auch weniger wie Rollschuhe oder Rollerblades aus, sondern eher wie so ein Hoverboard, wo das Mittelteil entfernt worden ist. Guckt es euch ruhig mal an, Link ist in den Shownotes mit einem Video. Und zu den Rollschuhen, die offiziell heißen die Drift W1. Dazu gibt es jetzt Neuigkeiten in Sachen Preisen. Also, die haben bekannt gegeben, dass die Teile, die irgendwann im August dann auch geschippt werden, 399 US-Dollar kosten. Und, jetzt kommt's, sie werden ausgeliefert mit einem Helm. Also der Helm ist umsonst dabei. Macht auch durchaus Sinn, denn wenn man mit den Teilen irgendwo vorballert und umkippt, dann kann man sich schon in den Kopf stoßen. Ansonsten, ja, ich bezweifle, dass da wirklich ein Markt für ist. Aber wie gesagt, guckt es euch an. Nächstes Thema, Google Chrome. Es war schon lange angekündigt, aber jetzt steht es wohl wirklich an. Google Chrome wird Seiten, die nicht HTTPS sind, als unsicher markieren. Im nächsten Update vom Google Chrome, das ist die Version 68, wird entfernt, dass oben links in der URL-Zeile sicher steht. Denn das ist der Standard. Denn wer kein HTTPS hat, wird dann dort nicht sicher entdecken. Ja, das bedeutet, potenzielle Kunden werden verunsichert, denn eine Seite wird ganz klar gebrannt markt damit. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr eine Webseite habt, holt euch ein Zertifikat. Es gibt ja auch freie Zertifikate. Macht sie sicher und seid darauf vorbereitet. Und wenn wir schon bei Browsern sind. Firefox, die haben im letzten Nightly Build eine Funktion integriert, die, glaube ich, sehr beliebt ist, auch in anderen Browsern. Und zwar, dass man Autoplay von Audio auf Webseiten damit unterbinden kann. Also nicht mehr eine Webseite aufrufen und auf einmal plärrt dann der Ton los. Und man kommt eventuell sogar in peinliche Situationen. Das ist dann Vergangenheit, wenn das bei Firefox auch mal, ja, also in die normalen Releases mit reinkommt. Dann kann man da einstellen, dass man das gar nicht will, dass nachgefragt werden soll. Oder aber man kann es auch aktiviert lassen und weiter sich die Sounds von Webseiten anhören. Microsoft, die hatten ja auf der E3 dieses Jahr die Xbox Zukunft vorgestellt. Und nun sind weitere Details rausgekommen zu einer Xbox, die, ja, keine Spiele mehr annimmt, sondern nur noch Spiele streamt. Und logischerweise dann über die Cloud. Und ohne Namen spricht man jetzt von der Cloud Xbox, die natürlich dann auch weitaus weniger an Power braucht. Da relativ viel im Stream abgehandelt wird, wo das Spiel herkommt. Und damit natürlich auch noch preisgünstiger angeboten werden kann. Ich finde es persönlich jetzt gar nicht mal so toll. Ich glaube aber definitiv, dass es ein guter Schritt ist und dass man damit auch im Markt gut punkten kann und neue Xbox-Besitzer gewinnt. Aber das ist ja alles noch Zukunft. Wenn wir Neuigkeiten dazu haben, werden wir euch das hier erzählen, logischerweise. Und dann bleiben wir auch gleich mal im Themenbereich Spiele. GTA Online hat jetzt angekündigt, dass sie Leute belohnen, die sich Facebook-Livestreams von GTA Online angucken. Das tun viele ja eh schon für lau auch. Aber jetzt soll es wohl eine Belohnung geben. Und zwar in Form von virtuellem Geld für GTA Online logischerweise. Und das funktioniert dann, sobald man seinen Facebook-Account mit seinem GTA Online-Account, sprich dem Rockstar Games Social Club Account, verknüpft hat. Und dann beginnt das ab 27. Juli. Ja, also wenn ihr das spielt, guckt mal, ob es verknüpft und ob euch das was bringt, wenn ihr dann auch selber spielt. Und ich bin gespannt, ob da noch mehr kommt und ob andere Spielhersteller nachziehen werden. Ja, und das war es dann auch für heute. Bergfest Mittwoch. Und wenn ihr Schule habt, ne, Schule habt ihr wahrscheinlich nicht, oder? Haben alle Ferien. Aber egal, vielleicht habt ihr ja trotzdem Schule oder sonst was. Ansonsten, ha, schönen Arbeitstag und kommt gut durch den Tag. Wir hören uns dann morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.